Waffen herstellen. Ah, können wir nicht zulassen, ne? Du hilfst mir, sie aufzuhalten. Okay. Juhu! Alter, das war heftig. Und Feier. Nein, daneben. Juhu! Nice. Oh, fuck. Schnell wenden, wenden. Oh, ja, super, toll! Klasse, ey. Was machen die das denn zu so einem kleinen Gebiet? Das ist doch scheiße. Ich wollte da schöne Kurve fliegen. Aber nein. Geht natürlich nicht. Shit. Sofort wenden. Na, scheiße. Scheiße, das war saumäßig knapp. Jawoll. Guter Treffer. Boah. Juhu! Und nochmal schönen Auftrieb bekommen. Na, treff ich. Jawoll. Nehmen wir natürlich gleich mit hier. den Auftrieb des Turmes. Und... Nice. Juhu! Und was machen wir jetzt? Oh, die wollen noch den Rest wegbringen. Ne, 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 ne. Nera. Dieser 116 Kilometer lange Fluss ist ein Nebenfluss des Tiber und fließt nahezu ausschließlich in Umbrien, Italien. Ich darf hinzufügen, dass man dort auch ganz hervorragend fliegen fischen kann. Okay. Und genau das werde ich sicher ausnutzen, falls wir diese Tortur hier überleben. Du bist nicht eingeladen. Schon klar. Oh, verdammt. Wie ich das Ding voll erwischt habe. Scheiße. Scheiße. Wow. Hoho. Whoa, ein Glück. Ein Glück. Bomb. Das macht richtig Spaß hier. Das macht so viel Spaß hier. Yay. Nein, macht wirklich Spaß. War am Neumal auf den Turm gefeuert. Der ging aber voll daneben, glaube ich. Befürchte ich. Okay, und gleich. Zack. Ach, jetzt müssen wir noch verhindern, dass die Information... Wow. Das war heftig, ey. Das war heftig knapp. Den Boten aufhalten. Ja, das machen wir. Scheiße. Den einzuholen wird nicht ganz so einfach. Ey. Oh, super. Scheiße, Mann. Bam, bam, bam. Wie viel Munition ich dafür habe, ey. Schon krank, aber... Egal. Egal. Das... Ist wie mit dem Geld. Wenn 3000 ein kleiner Sack ist, dann sind 30.000 nicht unbedingt viel, aber... Trotzdem. Okay. Laden, laden, laden. Ich wollte es gerade unterbrechen. Da kann ich es mir auch schon sparen. Nice. Ich habe ihn getroffen. Bam. Habe ich ihm voll vor die Fresse einen Schuss geknallt, gesetzt. Ja. Biep, 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 biep. Okay. Ich unterbreche das mal kurz, die Aufnahme. Bis gleich. So. Und wir landen. Episch. Noch so im Hintergrund eine dicke Explosion. Bam. Geil. 2.800. Nice. Flugmaschine 2.0. So. Und da breche ich wieder. Bis gleich. Dieses Mal hat sich das Unterbrechen der Aufnahme richtig gelohnt. Also richtig, richtig. Das war echt... Nicht ohne. Gut. Wir haben noch ein paar Assassinen, die Missionen erledigt haben. Das heißt... Wir gucken mal, wer ein Upgrade bekommt. Assassinen. Oha. Ja. Ich würde sagen, der kriegt erstmal Lederbrustschutz. Das ist so der ausgeglichene. Oh, fast, fast, fast. Rüstung, natürlich. Was sonst? Nein. Waffen. Waffen. Gut. Der Rest reicht erstmal. Das heißt, neue Aufträge. Was gibt es denn in Florenz für Aufträge? 5 Sterne? Ne, das ist ein bisschen viel. Also Schwierigkeit 5. Zu einfach. Zu schwer. An einem Bankett teilnehmen. Ja, machen die beiden. Kriegen dann beide Level ab. Mission starten. Ja. Woll. Ups. Ich glaube, ich habe anstatt auf Enter auf Entfernen gedrückt. Ja. Nein! Escape. Verdammt, verdammt, verdammt. Scheiße. Und nochmal rein. Und nochmal rein. So, Wien war das, ne? Nicht Moskau. Wien. An einem Bankett teilnehmen. Ja. Ja, komm. Machen die beiden das. So, sieben Minuten. Und dann sind beide wieder da. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal sehen, was es noch hier für Missionen zu erledigen gibt. Da unten kann ich ja überall noch nicht hin. Und da wäre noch ein Schatz, dafür will ich da jetzt nicht extra hinführen, wenn ich da das nächste Mal vorbeikomme, nehme ich den gerne mit. Leeres Fraktionsgebäude, das können wir natürlich noch nutzen, das werden wir auch noch machen, aber nicht jetzt. Da habe ich alles, da habe ich alles, da habe ich alles, da ist Leonardo, aber von dem kann ich eh nichts mehr kaufen. Dahin kann ich nochmal den Tunneleingang aufbauen und dann das Aquaduct da reparieren lassen. Ja, das mache ich. So mache ich das. So, wo ist denn hier in der Nähe der nächstbeste Tunneleingang? Da oben ganz okay. Kann ich dann auch gleich hier den Neher, El Sarto, oder den Sarto, machen. Oh, und da oben ist noch eine Bank. Dann gehe ich erstmal kurz dorthin. Also, dorthin. Und wo ich hier bin. Puh, da. Dann da hin zum Tunneleingang. Und los geht's. Kinderspiel. Okay, wollte ich zwar eigentlich nicht, aber gut. Double Kill. Oh, daneben geschmissen. Ja, das zu denen. Hihi. Guck mal runter da, bitte. Katze, Katze. Jawohl, wir sind da. So, und wir wollten ganz nach oben, ne? Jawohl. Piazza del Popolo. Lo. Ach, ja. Schön, schön. Oh, mal wieder Ladesequenz. Gehört dazu. Na? Genau, da wollte ich die Bank oder sowas. Eine Bank kaufen. Da, Banko. Ja, Pferdchen. Ja, Pferdchen. Kann man immer in der Stadt gebrauchen. Fast 10.000 kriegen wir jetzt schon alle 20 Minuten. Das ist sehr gut. Gut. So, dann will ich ganz gerne hier hin. Ach, ich trottel. Da kann ich auch eben hinlaufen. Das ist nicht weit, aber ich wollte... Na, da. Zum Schneiderlein. Und ich möchte mein Geld ganz gerne abheben. Ach, hier wieder eine... Ne, kein Bock. Darauf habe ich gerade keine Lust. Deswegen, weil ich das lasse. So, schauen wir mal, wo ist denn... Dottore? Entschuldigung. Na, Trottel. Wenn er mir dazwischen läuft, während ich gerade schnell gehe... Ups, ups. Entschuldigung. Ach, der ist unter mir. Idiot da. Ja, so bin ich. Jo. Untersuchen. Schneider. Einkommen auf 10.000 alle 20 Minuten. Jawohl. Bin mal gespannt, ob man das nachher so auf ein paar... Ähm... 24.000 oder so. Weiß ich ja nicht, ob man das... Was ist da oben? Ne Feder. Davon gibt es ja nur 10 Stück. Ne? 4 Stück haben wir. 4 Stück haben wir. 4 Stück haben wir. Geil. Okay. Ach, da ist auch noch ein Schneider. Dann machen wir erstmal den Schneider da. Ups. Fast runtergefallen. Unschneid. Ja. Denn... Unsch So immediate.